Was machen die da? Gas, Gas, Gas! Scheiße, raus hier! Runter, runter! Ja, unfassbar! Aldemar, HD. Toll. Und heidio, meine Hübschen! Wir zu The Culling! Und das ganze... Man hört schon ein Läches, die Stöhne im Hintergrund. Entschuldigung. Das ist Aldemar, grüß ich. Hallo, Kaxel. Wir verabreden uns zum Hungerspiel spielen. Ja, wir spielen uns heute nicht an den Genitalien, sondern gemeinsam an The Culling. Ja, wer es heute kennt, das ist ein kleines ich würde sagen, ja, eigentlich so The Hunger Games. So von Pute von Panem. Wollte ich immer schon mal machen. Du auch, habe ich gehört. Und jetzt haben zwei sich gefunden. Jetzt haben sich zwei gefunden und ja, es freut sich da meistens immer die Dritten. Das ist das Problem an der Sache. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Mal gucken, wie gut wir sind. Wir sind nämlich die Besten im Sterben. Ach, Kalschoff sind übrigens so Wuf-Sterne. Genau, das ist die Snare in einfacher. Jetzt tu nicht so, als hättest du das gewusst. Du hast gerade noch gesagt, du weißt nicht, was das ist, weißt du? Doch, das wusste ich. Doch, du hast mich falsch verstanden. Lala, ich höre dir nicht zu. Ich habe jetzt hier ohne Ende Stamina-Zeug und Drogen und so bekommen. Das ist gut. Also ich habe Schild Damage Muscle Man noch. Okay, ich laufe mal weg. Ich komme zu dir gelaufen, ne? Ja, genau. Bogen zwei. Scheiße, was war Bogen denn nochmal? Stein, Holz und Stein, genau. Holzshops. Ja. Und dann... Nein, Scheiß, ich habe es falsch gemacht. Der hat es falsch gemacht. Oder? Ich bin mir sicher. Vor mir ist einer. Ja, bei mir ist hier auch einer. Ich glaube, ich muss mich mit dem anlegen. Ja, tu es. Gib's ihm dreckig. Entschuldigung. Ich geh nach oben. Hilfe! Mami! Nein! Suche! Bist du hier? Oh, ich habe jetzt zwei. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Ja, genau. Leck die Scheiße doch zu mir. Warum auch nicht? Scheiße. Stimmt damit dir nicht. Bist du das? Nein, hier sind drei. Hier sind drei Stück. Scheiße. Wo bist du denn? Hier ist ein Gebäude am Wasser. Oh, ich bin da. Am... Oh, ich höre sie alle hinter mir. Ich höre sie alle hinter mir. Okay. Wenn es drei sind... Ich renne durchs Haus. Ich renne durchs Haus. Ich seh dich, genau. Passt du zu mir zu kommen. Hier geht's... Oh, warte. Ich kann die Runden wieder raus. Hier ist die Mitte. Wir treffen uns in der Mitte, okay? Ja, bitte. Was machst du denn? Ich renne schon die ganze Zeit in deine Richtung. Und du rennst mir nicht entgegen? Nein. Das ist wie, als wenn du zwei Paar Handschuhe im Winter hast und die die ganze Zeit für dich behältst. Ja, das war auch so. Du musst Prioritäten setzen. Nur die lagen nicht bei dir. Ich hab... Ich hab noch Cold Shops. Es sind alle... Ach, ich hab... Ich hab nur Geiste hinter mir. Es sind gar nicht mehr hinter mir. Wir sind... Wir sind hinter... Also wir sind bei uns so... Irgendwo. Oh, hallo. Macho, macho, man. Alter, die Söhne. Du hast nicht ernsthaft pinke Haare, oder? Ja, doch. Ich bin der Coole. Tokio-Tail angerufen. Die wollen ihre Frisur zurück, mein Freund. Ohhhh. Da oben ist nichts. Aber er ist schon drin. Durch den... Ach so. Durch den... Ach so. Aber da hinten ist noch ein Turum. Da können wir vielleicht rein. Was geht denn aus Cold Shops? Nochmal Snare. Ah ja, genau. Snare wollte ich bauen. Genau, jetzt. Snare. Snare. Kann man ein bisschen weiter looten. Ich glaub, bauen sollte man nicht so viel. Am Anfang... Komm, Snare. Ich habe Snare. Ne, am Anfang macht das keinen Sinn. Aber wir können hier machen... Wobei... Wir waren grad jemand drinnen, also... Ich kann auch die Snares setzen und wieder mitnehmen. Also wir sollten die eigentlich... Also ich hab die mal gerne aufgesetzt. Jetzt ab? Ja, ja. Man kann die wieder aufheben. Man kann auch Gegner hier aufheben und dann selbst erst setzen. Also... Ich glaub Teamkameraden können durchlaufen. Teamkameraden! Boah, schreck mich doch nicht so! Ist ja interessant. Entschuldigung. Die machen auch mal so laute Geräusche. Achtung! Ich öffne die Tür ganz leise. BAM! Wo war das? Bei welchem Horror-Game war das denn nochmal? Da hat man immer die Türen aufgemacht. Da sind wir immer direkt so volle Pulle. Die hatten halt keine Tür-langsam-Funktion. So wie den... Neueren Horror-Games. Man hat direkt so... Boah! Auf! Weiß jetzt auch nicht mehr. Ne, hab ich nicht gespielt. Das war irgendein... Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall war's immer voll laut. Ne, ist nichts mehr. Ja, da konnte man's aber auch... Oder? Ja, ich glaub das war Outlast, ne? Du konntest einmal richtig aufbämsen. Genau, genau, ja. Schönen Kick, Bruder, aber... Ganz entsparen. Okay, jetzt ist die Frage. Wir können... Da unten mal gucken, ob da unten noch was ist. Aber ich glaub nicht. Wenn einer am Flughafen ist, lässt er das eigentlich immer... Nichts zurück. Ja, lass mal gucken. Vielleicht hat er ein volles Inventar gehabt. Konnte nichts mehr mitnehmen, weißt du. Die Türen sind alle auf. Wir haben ja eigentlich immer eine Truhe hier in den Gehäusern und am Ende des Flughafens. Aber hier ist nichts mehr. Ne. Müssen weiter suchen. Hier ist eine Truhe, aber die ist offen. Ja gut, dann gehen wir mal anders hin. Lead away. Ich folge dir. Was? Ich weiß doch gar nicht. Wie sieht's denn aus? Oh, es sind doch fast alle am Leben. Es sind nur drei tot. Ja. Killed bei... Weißt du das? Hubschrauber hieß irgendwo ein Paket. Ja. Da. Die Richtung. Siehst du das denn? Ich hab äh... Ähm... Ich hab... Airdrop... Airdropbait genommen. Okay. Das ist neu. Das kann's noch nicht. Dann explodiert das, wenn da einer dran geht. Das ist mir auf jeden Fall 50 Punkte wert. Ja. Oh, warte. Hier. Ich hab's... Ich kann's sogar holen, oder? Geil. Ja. Komm, das machen wir jetzt. Warten hier. Ernsthaft? Dann willst du warten, bis einer da reintritt? Ja, oder wir können einfach weggehen. Das finde ich ne gute Sache. Entschuldigung. Das ist da hinten hingeflogen. Wollen wir da mal hingehen in die Richtung, oder? Ja, lass mal. Ich folge dir. Geh du mal. Geh du. Geh du. Ich folge dir. Nein, du. Nein, ich folge dir. Nein, du folge dir. Was? Ja. Ich bin übrigens total super bewaffnet hier mit Crafty Card Shops und Crafted Snare. Also ich... Ich bin ja eine große Hilfe. Ich kann fallen legen. Es steht im... Es steht und fällt immer damit, was man im ersten Haus oder Gebäude findet. Ja. Ist wirklich so. Und wenn man dann nicht schnell in ein nächstes Gebäude kommt, wo keiner ist, dann... Auf jeden Fall ist jetzt die Kiste hier gedroppt gleich. Wie schmeißen wir denn nochmal Sachen weg? X. Danke. Bitte. Ich hab auch immer... Ich drücke immer G. Meistens ja G droppen, aber... Ja. Wow, hier war ein Leck. Jetzt geht's wieder. Ja, bei mir genau dasselbe. Immer dieser Hacker. Kann man hier immer noch Sprengstoff rausholen? Ja. Mit äh... Achja, mit ähm... Dingens. Mit... Sticks, glaub ich. Ja, genau. Soviel zum Thema. Ich folge dir jetzt. Ja, scheiße. Oh, ein Eichhörnchen. Ciao. Aufmerksamkeitsspanne. Hab ich noch gar nicht gesehen. Eichhörnchen. Ist das neu? Entschuldigung. Mit ein paar Wolke waschen. So, wo geht's hoch? Los. Los. Wir müssen uns beeilen. Oder wir gehen auch Funken. Ich hab nur 5 Funken. Ja, ich bin bei 43 Funken. Aber, äh... Ja, wir haben irgendwie hier... wenig Positionen, wo wir uns hier ein bisschen auslassen können, ne? Ja, normalerweise, äh... Das sind wenig Spots irgendwie zum Finden. Wer... Ich hab erst nur zwei Gebäude durchsucht. Das ist eigentlich überhaupt nicht gut gewesen. Ne. Wir laufen auch grad in die voll scheiß Richtung, so. Ah. Wir haben mal einen scheiß Spawn gehabt. Weißt du das? Oh, da sind zwei Leute. Da sind zwei. Wo? Ja. Wo? Seh dich nicht. Da. Oh, sie kommt zu mir. Sie kommt mal zu mir. Okay, komm hier hoch. Komm ins Gebäude. Ich tu hier Snares hin. Komm den Hügel hoch. Woah. Komm schnell. Ich glaub, du kannst nicht in meine Snares laufen, oder? Werden wir sehen. Boah, ich kann meine Anteilen an... Ah, scheiße. Jetzt hab ich ja okay. So. Pass ein bisschen mit dem Fenster drauf. Nicht, dass die hier rein schießen, ne? Ach so, scheiße. Guck, was machen die da? Gas, Gas, Gas! Scheiße, raus hier! Runter, runter! Jetzt können wir... Das ist ja eh gedachte Mensch. Unfassbar! Oh mein Gott! Sie vergassen uns einfach mal. Woah, 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 woah. Wo bist du? Bist du neben mir? Ich bin... Ich bin hinter dir. Du bist noch im... Du... Bist du tot? Nein. Da sind sie hinter uns. Scheiße, wir müssen kämpfen. Oder? Wir müssen's versuchen. Wir müssen's versuchen. Wir müssen's versuchen. Los geht's. Okay. Die haben einen Bogen. Komm, wir müssen den Baum benutzen. Ah, tschau, jetzt bin ich schon am Bluten. Pass auf. Ich nehm den Bogen schützen. Er hat seinen Bogen verloren. Okay, die greift mich an. Ich blocke. Du musst auch mal sehen. Die ist nicht hinter mir, ey. Oh, scheiße. Ich bin fast tot. Ich blocke. Ich blocke. Nein! Das war's für mich, glaub ich. Das war's für mich. Ich glaub ich nicht. Sonst ging das immer. Doch, doch. Ich hab dich angegriffen. Ich hab's zweimal getroffen. Es tut mir leid. Vergebt mir. Ich kann damit leben. Mehr oder weniger. Nein! Oh, scheiße. Ich bin am... Ich bin gleich tot. Noch 21 HP. Wo bist du? Ich bin noch am Kämpfen. Ich bin gegen die anderen am Kämpfen. Ja, gut. Scheiße. Ich hab schon wieder dich getroffen. Nein! Die anderen hat die Rola verloren. Nein! Oh, wir waren gar nicht so schlecht. Scheiße. Wir waren gut, aber... Wir hatten halt nur so Holzwappen. Ich glaub, die wären tot gewesen. Hätten wir richtige gehabt. Alter. Wir haben uns echt... Ja, wir hatten halt echt... Ding. Ich hab's aber falsch gemacht. Ich hätte mehr immer... Du bist immer auf mein Ziel gegangen. Immer so abwechselnd. Das war perfekt. Und ich hab dich dreimal, glaub ich, getroffen. Wunderbar. Ja, ich wollte dich halt irgendwie da noch ein bisschen rausziehen. Dass der nicht auf mich fokussiert, weißt du? Aber... Der hat aber... Nee, es hat gut funktioniert. Doch, doch. Der eine Depp hat eine scheiße Brechstange gehabt. Da ist natürlich erstmal keine Schnitte gegen. Ideal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dahin. Ciao, Leute! Haut rein, Leute! dropped her. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn der Gä assume sie eine B that new Bis zum nächsten Mal.